Ich wünsche uns allen, gleich wie das Wetter ist, einen angenehmen Abend, meine Damen und Herren. Einen angenehmen Abend als Auftakt zur diesjährigen Kunstausstellung im Rahmen der Allgäuer Festwoche 2017. Und ich darf Sie im Anschluss an diese Eröffnung einladen, einen Blick in den neuen Ausstellungsraum zu werfen. Jetzt starten wir. Ganz herzlichen Dank. Mit dem Ausstellungsstipendium im Wert von 2.000 Euro kann Frau Julia Miorin nun ihre Werke vier Wochen in der Kemptner Kunsthalle ausstellen. Herzlichen Glückwunsch dazu, Frau Miorin. Setzen Sie Ihre Ideen weiterhin mutig um und geben Sie uns Impulse, neugierig zu bleiben. Viel Erfolg für Sie. Der 68. Kunstausstellung im Rahmen der Kemptner Festwoche wünsche ich viele interessierte Bürgerinnen und Bürger. Die Werke der Künstlerinnen und Künstler haben ihre Anerkennung und ihre Wertschätzung verdient. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Jury vergibt den Förderpreis an AC Neidhart. Die junge Künstlerin kombiniert Fotografie mit performativen Elementen und schafft so ikonische Bilder, welche die Betrachterinnen und Betrachter zu verstören vermögen. Hierzu nutzt sie eine Ästhetik, die ethnografische oder archaische Bildwelten generiert, ohne dass sie diese klar aufgelöst oder eindeutig interpretiert werden könnten. In den beiden eingereichten Arbeiten, denn zwei sind vertreten, dominieren Vanitas-Motive, die an die eigene Sterblichkeit erinnern. Sie können in der Kunstausstellung die ausführliche Stellungnahme der Jury dann auch nochmal nachlesen. Auch für die anderen Preisträger, die wir dort nochmal ausgedruckt haben, können sie sich auch mit nach Hause nehmen und das Ganze auch nochmal vor Ort nachgucken. Insofern freuen wir uns, dass wir den Nachwuchspreis an AC Neidhart verleihen dürfen. Applaus Sie entwickeln die Bildsprache der Malerei von AC Neidhart. und erweitern sie um die Werkzeuge der Fotografie. Durch die Überlagerung mehrerer Aufnahmen und die Erhöhung auch der Helligkeit, wie man hier sieht, entstehen undefinierte Bildräume, in denen Architektur, Landschaften, Menschen eher angedeutet als klar formuliert sind. Genau wie in unseren Erinnerungen. Ihre Fotografie wirkt dadurch sehr malerisch und erinnert in ihrer Stärke, wie sie selbst sagen, an die Landschaftsbilder William Turners. Das Foto ist nicht mehr als Foto erkennbar. Ihr Werk markiert damit die Auflösung der traditionellen Gattungsgrenzen. Sie als Fotograf werden zum Maler. Ich zolle Ihnen den größten Respekt für diese Leistung und denke, dass sich die Jury vollkommen zu Recht dafür entschieden hat, Sie in diesem Jahr mit dem Thomas-Daxer-Gedenkpreis auszuzeichnen. Herzlichen Glückwunsch dazu und ich darf Sie jetzt auf die Bühne bitten. Ich darf die Jury zitieren, die zu ihrem Werk folgende Bemerkungen machte. Im Zentrum des Schaffens der Künstlerin Katrin Ganser steht die künstlerische Auseinandersetzung mit Städten und deren Architektur. Als Basis ihrer Werke nutzt die Künstlerin konkrete Orte, die sie in Installationen und Fotoarbeiten analysiert, fragmentiert und zu neuen, aus der Ferne abstrakt wirkenden Bildgefügen zusammensetzt. Die verformten Situationen sind hybride realer Abbildung und künstlerischer Aneignung und können als Dialog zwischen faktischer Bestandsaufnahme und dem subjektiven Erleben gelesen werden. Die eingereichten kleinformatigen Arbeiten überzeugten die Jury durch ihre feine Poesie und durch das Spiel mit Ferne und Nähe. Auf den ersten Blick wirken die Bilder wie feine Farbschlieren, die sich bei näherer Betrachtung verdichten und architektonische Elemente wie Fenster, Raumecken oder Dächer sichtbar werden lassen. Ich möchte nochmal ganz herzlich gratulieren zum Kunstpreis der Stadt Kempten. Herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch. Applaus Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Applaus Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.